Hallo, wir sind Marika Karate und ich bin Laura Bademacher von der Lange und hier ist unsere Kommunikation Never Walk Alone. Wir freuen uns heute, die Chance zu haben, uns vorstellen zu können. In diesem Monat versorgen wir 3.000 Hunde mit Hunger und wenn es gut ist, Medikamenten, Kastrationen, tierärztliche Versorgung und nochmals nach. Unser Schwerpunkt liegt nicht in der Vermittlung, sondern Hilfe vor Ort. Dazu benötigen wir monatlich 14.000 Kilo Futter. Deshalb sind Futterpartenschaften besonders wichtig für uns. Unsere größten Sorgen sind im Moment die Zecke. 3.000 Hunde zu versorgen bedeutet 9.000 Spot-ons. Um ein Einblick zu bekommen, sind wir heute in Janica bei Elias vor Ort. Denn Sport und Hilfe für Sporten wird benötigt. Wir haben bereits 3.000 Spot-ons gesammelt, aber 6.000 fehlen uns. Es wäre doch gelacht, wenn ihr 370.000 Follower es nicht schaffen würden, 6.000 Spot-ons für unsere Hunde zu sammeln, damit ihnen das hier erspart bleibt. Wir haben jetzt 3.000 Hunde zu verhindern. Wir haben jetzt 3.000 Hunde zu verhindern. Wir haben jetzt 1.000 Hunde zu verhindern. Wir haben jetzt 1.000 Hunde zu verhindern. And you'll never walk alone You'll never walk alone